Dies sind die benötigten Gegenstände. Die Mutter, Stückzahl 14 kann man nach beliebem Ende, ein Lineal, eine Schere und die Kordel. Schritt 1 ist, 3 gleich lange Kordeln zusammenschneiden. Oben am Stück ein Knoten, damit wir alle drei zusammen befestigen. Das sollte im Bestfall so aussehen. Dies flechten wir ca. 6 cm. Je nach Handgelenk kann man es halt verändern. Man flechtet ein Stück und zum zweiten Teil kommen dann die Muttern rein. Bei mir sind die jetzt Gold. Je nach Band, was man benötigt. Nehmt man dann die Korde, die bindet man mit feste, hält man hier fest und macht immer wieder so weiter. Bis alle 14 Stück so zusammen sind. Von rechts nach links und dann ganz normal eigentlich weiter flechten. Dann flechten wir weiter bis zum Ende. Nehmen wir den gleichen Abstand wie hier oben, 6 cm. Machen unten weiter und zuletzt machen wir hier einen Knoten rein. Das Endresultat sieht dann so aus. Ein super Stück, das man gut zu neben der Uhr tragen kann. Ausatmen. Absolut. ...